Hey, willkommen zur 15. Folge von Wurms 2 Armageddon. Heute mit der 23. Mission. Mindestens der 23. Mission. Wer weiß, was noch so Feines auf uns wartet, ne? Ich hoffe, du kannst mich hören. Bei all dem Krach erledige. Mit Hilfe deines Arsenals die feindlichen Würmer. Viel Glück. Jedes Mal dasselbe. Und trotzdem wird es mir wieder angesagt. So, die Mauer muss weg. Aber ich möchte bitte noch weiterleben. Was? Nur 19? Was ist das denn? Obwohl, die 2 könnte man jetzt auch sehr einfach treffen. Der hätte fast Beton getroffen. Bitte kommen, großer Vogel! Ich meine, das wäre für mich von Vorteil gewesen, aber... Oben ist Fundament. Ähm... Hier, warte mal. Ich schmeiße hier nochmal eine Bunkerbombe. Oh nein! Oh, da! Äh... Genau zwischen die 2 Würmer. Die hätten eigentlich getroffen werden müssen. Was ist das denn jetzt mit den Bunkerbomben? Was ist das denn jetzt mit den Bunkerbomben? Das hätte jetzt so richtig schön einen Boom machen müssen. Und... Mindestens, ein Wurm hätte... Die Miene aktivieren müssen und... Und... Ah ja... Ich werde jetzt hier, glaube ich, erst mal wieder versagen, wie es aussieht. Guck mal, ich habe hier schon wieder nur 2 Würmer. Was ist das denn? Na gut, Bazooka. Los. Aber nicht selber treffen jetzt. Natürlich. Die Miene fällt genau in den Bunker rein. Einer ist tot und einer hat noch 5, äh... Lebenspunkte. Schade. Oh. Und jetzt wieder, äh... Hier, Seilspringen, ne? So kennen wir das doch schon. Fundament. Nein. Trifft da was? Ah. Um ein Haar Hammer getroffen. Ah. Schade. Was war das denn jetzt? Was war das? Da war doch nichts, das explodieren könnte. Ja. Das freue ich mich jetzt auch, was das war. Einen gegnerischen Wurm hat es kaputt gemacht, aber einen von meiner auch. Na toll. Nochmal, Fundament. Ah, scheiße. Feuer. Aber wieder einen gegnerischen Wurm, äh, ungebracht. Ah, die trauen sich nicht, äh, in der Nähe von den Mienen. Sollte man vielleicht irgendwie ausnutzen. Luftangriff. Bitte triff jetzt. Nein, doch nicht bei mir. Oh man, jetzt sind die bei mir. Na, das kann nicht wählen. Okay, jetzt hat er einen von seinen mit umgebracht. Oder auch nicht. Feitling! Verstanden! Warum? Okay, zwei Würmer tot. Und mal schauen, was man jetzt machen. Zwei Würmer haben wir noch, ne? Der natürlich ganz genau trifft. Oder daneben schießt. Okay, wie viel? Zwei habe ich noch. Warte mal, da versuche ich das mal mit der Lenkrakete hier. Müsste den eigentlich... ...ins Wasser katapultieren. Oh, Stein ist auch noch da. Scheiße, den habe ich ja ganz vergessen. Ja, hier, Mine. Komm, spring ins Wasser. Tu uns den Gefallen. Block. Okay, einen Wurm haben wir noch. Okay, der weiß nicht, was er machen soll. Ich aber auch nicht. Mit einer Bunkerbombe komme ich nicht weit. Ähm. Ähm. Erstmal hier rein, irgendwie. So, weiter weiß ich noch nicht. Feigling! Das ist ja ein Feigling hier. So, mal sehen, was er jetzt macht. Guck mal, kann ich mir eine Schrotflinte? Guck mal, kann ich mir eine Schrotflinte? Wir sehen uns dann, bis denne!